Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Marsch. Ich beginne gleich mit der Aussaat. Weiß. Weiß muss man machen. Oh. Oh. Ich hoffe es geht. Also das wir verkaufen schon, das klappt. Das testen wir gleich mal mit dem Marsch. Das machen wir gleich manuell. Die Ecke. Das klappt sowieso nicht. Ich kann auch diesen Plan für eine VH verkaufen. Genau. Luca. So. VW. Und mit gehts. So. Und wir haben die erste Seite noch lange. Weil, kommt dann nicht mit drauf. Ja. So. Und dann gleich. Jetzt wir nochmal. Oh, berechnen. Erst dann nochmal. Erst dann wieder. 1 Zeit, halte Stunde, schaffen wir heute nicht, wenn wir nach Arbeit wenn weich hatten, die knappe wären, fast die Bahnen wären Können wir auch machen Können wir auch machen, die machen wir weich Jetzt machen wir zwei Mal Neuer Versuch Löschen wir das ganze Mal und dann geht los So, eins haben wir schonmal Halben Meter weniger Und weich Weich machen ein bisschen mehr die Ecken Entschuldige, mein Risiko, das ist nicht ganz glatt zum Anfang Also, das hat er nicht mehr Der Ecken ist voll Verklappst du, ne? Verklappst du, ne? Das würde da Ja, ich würde sagen jetzt hat er sie leckung ab so weit, arbeite etwas besser dann zeigen wir uns und sie Dächeln und dann so, wir schauen wir mal das Auto drüber gut das ist ja um die Ecke kann man mal reinsteigen hier müssen wir den Kurs da ja 6 nicht hier da Numeln Ja ist wichtig Das wollte ich machen. Fäll 1 Aussaat. 1 1 1 1 Und Weder Da ist er kaum in den Weg, ein paar Liter haben wir ja. Da regen wir am besten Saal. Der LKW kann tatsächlich anfahren und den Trecker ausladen. Der Trecker hat doch noch ein bisschen Klingel in den Zeits nehmen. Das kann man leichter haben, ne? Ach so, okay. Ne? Toll. 18,000 Meter. Wurzeln? Boah, geht dann los hier. Wir zahlen am besten. Und die soll da kaufen, wäre es so nicht. Aber geht ja noch im Prinzip. Der Aufwand wird so raus. Der Bäcker zahlt fast 1400. Ja, das ist ein bisschen mehr wie Hälfte. Oh, es ist ein Bäcker. So, ich kann ihn nicht einmal machen. Sorry, nicht gleich. ich würde auch einen stall kaufen für macht 2 Sekunden, keine Mädchen, das war für eine Tier-Prosion aber jemand passt das nicht im Juli kommt ja der große Mob-Contest da kommen garantiert noch irgendwelche Mob-Contests wie gesagt, Mob-Contest ist eigentlich zu spät das Spiel war doch ein Jahr alt, ne? und dann muss es ja eine Formulierkopf beendet so, jetzt tun wir die Kappe oh nein Stich, das ist jetzt ja das erzeugen ist ja auch Stich, das ist ja auch schnell, bis kurz ist ja auch Wenn es schwerer gehen würde, dann wäre das alles anders. Der Stroh würde auch nicht guter gehen. Aber wir wollen ja auch noch rankommen. Mit Schwerechse anfangen oder so ein Cut ist blöd. Finde ich ja nicht so. Ich will ja niemand zureckkommt, letztendlich. Ich dachte mir, was ist. Ich hätte tatsächlich mal gedanklich durchgespielt. Ich wollte damit rausgewinnen, toll. Aber das war wahrscheinlich nicht. Ich hab zwei Frauen und dann haben wir uns ja gesagt, klar, wir sind ja nicht wirklich hier rieinander. Aber das ist ja auch nicht. Das kriegt ja auch nicht. Okay. Auf die andere Karte noch nicht hinbezulaufen. Die Kielfachkarte wird nötig. Das Abwechslung, das kann man nicht zu tun haben. Wir werden das vielleicht klappen. Der Menschen hat doch nicht da. Wenn es von der Rudel geht. Wenn man die Eid trinken kann. Aber vielleicht dann. Dann kommt jemand raus. So. Ratsen auch nicht reif. Die Sau. Ja. Ein bisschen. Ein bisschen. Nächste Woche. Nächste Woche. Knapp. Der Hausdach fertig machen. Schauen wir mal rein. Ob das entsprechend gedüngt ist. Wachstum. Ist gut. Gedüngt. Zweifach. Das ist gut. Irgendwann noch ein Ding drauf. Ein Unkrautvernichter. Pflügen. Schauen wir mal die Ecken hier. Auch damit kann man nicht leben. Oder sind sie faggert. Wie dieser Fall weit ist. Das ist so. 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 Dann wollen wir ein bisschen aufräumen. Das ist so. 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 Das haben wir hier. Das ist so. Hier. Wenn es irgendwann war, dann hin zu hören. Alle brauchen eine Frühpfahle. Wasser brauchen wir nicht. Der wird noch nicht verliebt. Was ist? Kdochen sie, kurz? Fast! Und gleich an der Eingang überlegt werden. Wir haben ja gerade rausgeholt und haben ja nur die Lötchen verkaufen, 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 ja, 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 ja. Wir verkaufen, was wir kaufen. Wenn es in der Preis passt. Hier passt es. Was macht der Preis von heute? Okay. Wir fahren. Was können wir verkaufen? Hier ist es, haben wir gesagt. Mohn. Ist sogar am Hafen, das passt sogar. So. Mohn-Eingaben. 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 Nein. Kann man selber. Ich hab nur grad so. Dann haben wir uns auch mehr gefahren. Holy warte. Ich hoffe das hat echt gefallen. Das macht immer nur keine Ansprache. Ja, 20.000 Originale. Ach mega. Ich würde mich freuen über ein Like. Du kannst gerne mein Abo. Darf immer danke. Das kostet eigentlich nichts. Aber man freut sich wenn ein bisschen was kommt. Kleine Anerkennung. Die ganze Jahre nicht für mich. Das ist ja wie gesagt immer ein Tier. Ich sage schon mal danke für alles. Was ihr da denkt ne. Also ein Abo und so ein Like. Na schön. Ich muss ja ab einer Mitte nicht dabei sein wenns läuft ne. Kannst ja viel laufen auch nicht. Ich halte uns ja nicht dass alle am Einen gucken. Wir haben natürlich ein Eigenrechner. Aber wie gesagt. Ich bin immer rein. Ich bin immer rein zu drüben. Oha. Ich bin immer rein. Ich bin immer rein. Wir fahren zum Hafen, ne? Die werden ja nicht fett oder nicht mehr gelaufen. Wir freuen uns. Kann ich morgen arbeiten? Nein. Ja, das ist ein Hochland. Und gleich so schön verdienst. Für die Feierabendung. Wir haben vor Jahren, vor Jahren, nach Wochen festgefahren. Oh way. So, siehst du, haben wir die Folge geschafft. So, verkaufen. So wie wollte das Haus heute gewesen sein? Von Seiten nach Füßen in den Winkel. Wir hoffen, wir sehen uns eine Woche wieder. Wie gesagt, ihr könnt euch da gerne 80.000 was. Im Mund äußern, Fahrsilo. Oder so, wie man halt reinkippen kann. Und dann halt Silo. Wo sie automatisch kippen. Dann sag ich mal, schweige Tschüss. Auf Wiedersehen. Wir suchen uns in der Woche wieder. Auf Wiedersehen.